Na, schauen wir, dass wir beide rauskommen. Ich werde mal rausrennen, entlang der Mauer, da nach unten rennen. Nach rechts, ok, ok. Und dann nach links reinrennen, Richtung Süden, in die Zelt-Area und mit dort verstecken. Ich mache das jetzt schnell. Und du, ruhig, habst du irgendwas erst? Einen Schuss oder so? Nix, gell? Nix, nix. Vielleicht war das gar nicht auf uns gerichtet, aber ich bin mir fast sicher, dass da noch wer ist jetzt. Jaja. Ich bin jetzt in der Zelt, gegen. Ja, hab dich gesehen. Ok, ich bleib einmal im Bunker drinnen. Ich fühl mich grad da sicherer. Schuss, Schuss, mein Schuss. Zombie? Ja. Habe ich jetzt diese Bust schon, weil ich die keine Zeit habe. Habe ich nicht gehört, die Schüsse? Sind nicht angekommen bei mir. Zeit hat Zombie. Ja, das habe ich gehört. Zwei Stück, gell? Drei. Drei, ja. Ok, es läuft dir nix nach oder irgendwas. Ok. Soll ich nachkommen? Ah, Schusskehrt. Schusskehrt, 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 Schusskehrt. Da, ich habe ihn, ich habe ihn. Hast du ihn umgebracht? Hey, Guys, wo sind Sie? Da ist eine zweite, braucht die Unterstützung. Braucht die Unterstützung. Soll ich nachlaufen, Obi? Ja. Blauer, so wie du? Passt. Da sind zwei Leiterinnen. Direkt in die, im Zeltlager. Ja. Ok, wo bist du? Bist du der, bei der Krent, der blaue? Nein, das bin ich nicht. Soll ich ihn ausschießen? Ja, ja. Ich schießen von hinten ab. Ja. Wo ist er? Fuck, ich habe ihn verloren. Auch der Rock da. Kannst du mir nur sagen, wo er ist? Was? Ich schieße ihn jetzt im Rücken. Okay. Schuss ist tot. Noch ein Schuss. Bist du teppert, Leute? Wie geht die Pumpen hin? Halt, Gosch, Alter. Alter Schwede. Ich habe ihn jetzt, er hat sich bandagiert. Gehst du da? Stehst du da? Ja, ich stehe. Ist du das? Beim Körper dabei, oder? Was? Was beim Körper? Ich renge gerade hin und her, links, rechts. Ja, er bist du. Ok, passt. Ich komme von hinten. Roter Rucksack. Achtung, durch die Mauer, wo du reingekommen bist. Ja. Graffa, kitzita. Achtung, ja.